Dieser Schuh ist der Under Armored Charged Bandit 2, also eine überarbeitete Version des Schuhs, den wir letztes Jahr schon getestet hatten. Und was uns auffiel bei dem Schuh, er ist sehr komfortabel gedämmt. Man sieht das hier auch an der relativ voluminösen Mittelsohle, gerade im Rückfußbereich bietet er sehr weiche Dämpfungswerte, was unsere Labortests bestätigt haben, aber was auch als Urteil, als Feedback von unseren Testläufern kam. Der Schuh ist sehr neutral konzipiert, das heißt er bietet nicht besonders viel Stabilität. Für Läufer, die einen Halt suchenden Schuh suchen, ist der Charged Bandit nicht so gut geeignet. Aber er ist für Läufer geeignet, die einen komfortablen Schuh suchen und vor allen Dingen für eine klassische Passform, das heißt für Läufer, die eine hohe Sprengung suchen. Hier beim Charged Bandit haben wir nachgemessen im Labor ist der Unterschied in der Höhe des Rückfußes zum Vorfuß 12 Millimeter. Das heißt, der Fuß, wenn man so will, steht relativ schräg darin, das heißt für Läufer, die schon länger laufen, ist dieser Schuh von der Passform her und von der Sprengung durchaus ein gewöhnlicher Trainingsschuh. Übrigens bestätigte das auch eine Testläuferin, die eine ganz besondere Testläuferin in unserer Kartei ist, denn ihr Alter beträgt bereits 80 Jahre und die hat diesen Schuh auch gelobt. Eine Bemerkung noch zu dem Obermaterial, da merkt man Under Armour's Know-How in der Fertigung von Geweben, denn dieses Obermaterial kommt fast ohne Nähte aus, ist an allen empfindlichen Stellen des Fußes verklebt, das heißt hier kann nichts reiben am Fuß und der Schuh sitzt gleichermaßen sehr, sehr gut. Mithin also eine Empfehlung für Läufer, die einen klassischen Trainingsschuh suchen. $ádle! $a платöl! $m.Archon! $50m! 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 $50m!